Oh, finit, finit pour moi. Mama, Papa sagt, du bist eins. Unser Projekt mit einem Konzert, das uns vereint und bewegt. Sie haben anscheinend mit den Proben angefangen zu Le Point de Nantes. Eins, zwei. Le Point de Nantes a la Vallée de l'Eau. Okay, das reicht, das reicht, das reicht. Also, ich weiß nicht, was meine Vorgänger gemacht haben, aber wir fangen von vorne an. Kinderlieder sind schön, aber schon ein bisschen langweilig. Bowie ist doch kein Rock. Halleluja. Eins, zwei, drei. Einem Seniorenchor schwierigen Rockesang beizubringen, haben Sie den Verstand verloren? Müssen wir denn bis zu Ende singen? Das wiederholt sich. Hast du vielleicht was gegen die Engländer? Aber was interessiert denn das, ob wir jetzt Rock oder was anderes singen? Tja, das passt nicht zusammen. Weil wir alt sind? Wir sind doch genauso alt wie Mick Jagger. In wenigen Wochen lernten Sie zu singen, sich zu bewegen, dem Publikum zu stellen und sich zu akzeptieren. Der will uns doch nur verstauben lassen. Können wir uns vielleicht in Ruhe unterhalten? Nein, wissen Sie was? Sie sind gefeuert. Und alle anderen auch. Nein, das dürfen Sie nicht. Willst du mir sagen, du willst ihn nicht umstimmen, diesen dreitalertragenden Idioten? Hast du gesehen, wie sie uns ansieht? Wie Menschen und nicht. Wie alte Knacken. Sind dir viele solche Menschen begegnet seit der Rente? Mach sie laut auf die Bufi! Rock and roll is not done! Like you just don't care. Rock and roll mit dem Yes. Wir sind die Koalitionskenseée bei Her welding.